Der Song, der mir am meisten Hype macht, ist «Magic in the Air». Das habe ich wirklich gerne. Ich würde sagen «Kraft», weil ich nicht so stark bin im Krafttraining. Es gibt auch Rumpf und das mag ich gar nicht. Eigentlich habe ich auch einen. Das ist ein Geschenk von meiner Freundin. Das sind Socken, die ich jedes Mal anziehe, wenn es richtige Wettkämpfe gibt.